Hallo und herzlich willkommen beim Frickfrick aus seinem Garten. Jawohl, nachdem ich gestern und heute vier Stunden meines Lebens verschwendet habe und versucht habe den Molking Gabelstapler zu bauen, bis zur Hälfte und dann haben so viele Teile gefehlt, dass ich mich entschieden habe das Ding in die Ecke zu schmeißen und nicht meinen halben Vorrat in den blöden Gabelstapler zu schieben. Also Molking schämt euch, wirklich so viele Fehlteile, das ist oberkrass und das Ding war original verpackt, mit Verpackung, also es ist nicht beim Umpacken verloren gegangen. Aber jetzt kommen wir mal zu etwas Interessanterem, hoffe ich. Hier die Cube Brown Modern Villa von Morg. Jawohl, Modell Nummer 10204. Eine schicke, moderne Villa, die man immer in seiner Stadt gebrauchen kann. Hoffen wir. So, dazu haben wir einen Beutel mit ein paar Plates. Das ist, wenn man so viel Unkraut jätet. Ja, Minifiguren. Und das hier ist der Bauabschnitt 1. Gefühlt 317 Hüten oder sowas. Dazu haben wir noch ein schönes, damit Sie sehen, wie die Minifix auszusehen haben. Aha. Ja, ich weiß, hier ist es ein bisschen dunkel im Schatten, aber im Haus hält man es echt nicht aus. Hier draußen ist es viel angenehmer. Okay. So, dann fange ich mal an und wenn es zwischendrin was Interessantes gibt im Bauabschnitt 1, dann zeige ich euch das selbstverständlich. Nur damit ihr mal einen Überblick bekommt, wenn ihr die ganzen Tüten aufmacht vom Baustepp 1. Das ist ein bisschen viel, finde ich. Weil wir haben sehr, sehr, sehr viele verschiedene Teile. Ich glaube, das hier sind schon locker an die über 100 verschiedenen Teile. Und ja, also bitte morg macht es ein bisschen kleiner, weil hier muss man dann doch ordentlich suchen. So, die Basisplatte wie immer. Wir legen die Grundmauern und die Fliesen und so weiter. Haben hier ein schönes Parkingsein. Das ist ganz cool. Eine Fliese hat bis jetzt irgendwo gefehlt, da hier in der Ecke, aber mit diesem ganzen Wulst wird sie vielleicht ja noch drin sein. Schauen wir mal. Ja, lässt sich ganz gut bauen. Die Fliesen müsst ihr manchmal gucken. Die haben manchmal mehr, manchmal weniger Abstand, so ähnlich wie bei Xingbao. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der guckt nach dem Schriftzeichen, um sie alle in derselben Reihenfolge anzuordnen. Und ihr müsst manchmal ein bisschen fester drücken an der Ecke. Aber ansonsten ist es ganz okay, was morg hier abliefert. Ja, ist okay. Ja, weiterhin noch im Bauabschnitt 1. Und wir haben schon einiges geschafft hier. Diese Struktur bis zu den Fliesen hier, seht ihr, steht ein bisschen höher. Das baut ihr komplett. Das heißt, ihr baut eine Umrandung, baut dann innen rein die Steine, die normalen Bricks und legt sie hin. Teilweise mit Strats nach oben, damit ihr die Stühle und so weiter hinkriegt. Aber die Platte, bis die sich jetzt hier unten auf der Baseplate komplett drauf drückt, biegt sie sich natürlich ein bisschen hoch. Das ist keine allzu kluge Entscheidung gewesen, das so zu machen. Ansonsten ist es hier alles einmal komplett unterbaut. Also es ist alles solide hier komplett. Also wirklich mit, ne? Keine Lücken frei, wie bei den anderen, um irgendwie Steine und Gewicht zu sparen. Das machen die hier nicht. Ansonsten hier sehr schön. Die Fliese ist immer noch nicht aufgetaucht. Mal gucken, ob sie noch auftaucht. Aber sonst lässt es sich jetzt langsam wirklich gut bauen. Mit dem Verschwinden einiger Teile erhöht sich jetzt auch meine Baugeschwindigkeit, da ich nicht mehr so lange suchen muss. Aber das Ding muss ich hier nochmal richtig nach unten drücken. Aber ihr merkt schon, dass so ganz leicht verzieht sie sich dadurch. Okay, weiter geht's. So, wieder ein gutes Stück weiter. Hier hinten haben wir in widerlichen Grün gebaute Vorhänge. Dann haben wir wirkliche Textilvorhänge hier. Richtig schön. Kleine Küchenseile mit, naja, rosa und hellblau. Das musste jetzt nicht wirklich sein. In einem bis jetzt auch eigentlich sehr schicken Haus. Ja gut, okay. Lässt sich gut bauen. Lässt sich sagen, Anleitung ist gut. Fehlteile hatte ich bis jetzt. Eine schwarze 2 auf 2 Platte und eine 2 auf 2 Dark Blueish Fliese. Ihr seht, es verzieht sich so ein bisschen. Ich denke, wenn es fertig gebaut ist, fällt es nicht wirklich groß auf. Aber bevor ich es zubaue, wollte ich euch hier nochmal zeigen. Schönen kleinen Werkstattwagen. Ach, der Finger, Mann, oh Mann. Und, oh, 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 da muss ich nochmal nacharbeiten. Seht ihr das? Das hat es ein bisschen zerfetzt. Okay. Aber schön gemacht, hier hinten die Ecke. Wir haben eine Treppe eingebaut. Jawohl. Das macht echt Spaß. Sehr kleinteilig, aber sehr unterhaltsam. Heute ist wieder kühler. Ich kann wieder im Haus bauen. So, hier haben wir den stolzen Besitzer der Villa. Ja, nur als Millionär kann man sich so ein schickes Ding hier leisten. So, okay. Ihr seht, wir haben hier die nächste Wand angebracht. Hier kommt normalerweise eine Rundfliese drauf. Die fehlt mir im Moment noch. Dafür ist die Dark Blueish Grey Fliese aufgetaucht. Also, dafür fehlt eine 1 auf 3 in hellgrau. Naja, egal. Okay. Aber ich finde, das Häuschen ist doch innen drin hier ganz nett gemacht. Auch wenn ich grün und rosa nicht gebraucht hätte. Was allerdings nett ist, das sind alles Drucke da hinten. Das ist Love You drauf und noch irgendwas. Auch finde ich die Lampe nett gemacht. Okay. Nimm mal viel. Dann haben wir den ersten, doch recht großen Bauabschnitt hinter uns. Und hier haben wir den ganzen Bauabschnitt 1. Hier haben wir die 2er Bricks mit den 4 Stats auf der Seite. Also die 2 auf 2. Und dann wie Vlies das hier ist auch schön gemacht. Also wirklich spitze bis jetzt. Fehlteile, auch die, die ist auch aufgetaucht. Das Runde, wenn ihr in der Anleitung hier seid, das ist nicht eine 2er Round Plate, sondern eine 3er. Ja. Normal hängen da immer 2er. Deswegen hat es nicht so genau angeguckt. Wenn es euch genauso geht, oder wenn ihr es habt und habt es schon gebaut, schreibt mal in die Kommentare, ob es euch genauso ging, dass ihr erst nach einem 2er gesucht habt. Okay. Nee. Also echt nichts wirklich zu bemängeln. Relativ kleinteilig, aber schön gemacht. Steine Qualität ist okay. Die Klemmkraft ist sehr gut. Und das Design und wie es aufgebaut wird, ist echt erstklassig. Inneneinrichtung, ja, das ist Geschmackssache. Zweiter Bauabschnitt. Und es geht natürlich los mit dem Zwischengeschoss. Ihr seht, wir sind hier bei 3 Lagen, zum Teil. Und ich habe bei 2 und dann gleich Bricks. Alles schön einmal durchgefließt. Ich glaube, hier kommt eine Couch jetzt dann gleich hin. Ja, blau ist komischerweise da ja auch ziemlich viel drin. Man sieht Gott sei Dank hinterher nur noch relativ wenig, wenn man genau guckt. Hier bleibt ein bisschen. Mal gucken. Und so sieht es von unten aus. So. Was unglücklich ist, dass wir hier, hier und da vorne hochstehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas drauf baue und drücke, drückt es natürlich durch. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ein gutes Stück weiter. Eine nett gebaute Couch. Oh, da fehlt noch eine Fliese. Ach, schöne Lampen, ein nettes Tischchen, da fehlt auch noch eine Fliese. Also bei der wusste ich es. Pflänzchen. Und schön hell mit vielen Fenstern. Wunderbar. Das Fenster ist offen. Und Fenster hinter den Sonnen. Ja. Und da ist der Bauwerkstück 2 auch fertig. Und sogar schon aufgebracht. Und ich muss sagen, was ich eher gerne fließen gehabt hätte. Aber, mal gucken, ob ich die vergessen habe. Aber ansonsten sieht es richtig gut aus bis jetzt. Es macht super Spaß zu bauen. Sieht gut aus. Der zweite Stopp ist dann auch eigentlich ganz gut gemacht. Kann man echt nicht sagen. Feines Häuschen. So, ich bin mal gespannt. Drei, vier, fünf, die müssen jetzt da mal doch deutlich kleiner werden. Also, zwei war schon ein gutes Drittel weniger als eins. Oder noch mehr. Mal gucken. Mal gucken. Aber, das jetzt finde ich echt stark. Anfang vom Bauabschnitt 3. Recht unspektakulär von unten. Kleines Bettchen. Cool gemacht. Da fehlt so eine braune Stange. Normal sollte da fünf, sollte es fünf sein. Ich hatte nur vier. Die graue Fliese da vom Tisch da drüben ist dann doch noch aufgetaucht. Na ja. Ach so. was ich dann auch vergessen hatte, wo ich mich gewundert habe. Natürlich hat da noch ein paar Bricks gefehlt. Ja, Volldeck. Noch gewundert. Oh, das sind Bricks über. Ja. Seht ihr was? Genau. Das steht da schräg drauf. Und die Kante oben, das kann man auch noch ein bisschen runterdrücken. Aber, das ist schon eine sehr abenteuerliche Bauweise. Ist auch nicht ganz einfach hinzukriegen. Drei Hände wären hier besser. Zwei, die die Fenster heben und die dritte, die dann die Platte oben drauf setzt und hofft, dass unten alles richtig passt. Okay. Ich habe es jetzt durchgebaut. Den Bauabschnitt 3. Ihr seht es, man kann es öffnen. Ich zeige es euch gleich. Das ist natürlich super clever, wenn man das Surfbrett vor die Tür stellt, die nach außen aufgeht. Spitze. Zugekiffte kalifornische Surferboys. Da merkt man erst hinterher. Was ich richtig spitze finde, ist wie die Railing hier oben gebaut ist. Es ist ein bisschen Druck drauf. Aber im Großen und Ganzen echt spitze gemacht. Seht ihr, hier hat es gar keinen Kontakt. Erst wieder da hinten. Auch die Schräge ist geblieben vom Fenster. Und Kunst. Andere nennen es einfach nur die Farbauswahl vom Bauhaus an die Wand gehängt. Die Farbkärtchen. Ja, kleine Schlafzimmerchen. Aber schön gemacht. Nettes Bett. Lampe hängt da oben drüber an der Decke. Jo. Im Bauabschnitt 3 waren dann jetzt zwei von diesen transparenten Roundbricks. Und Bauabschnitt 1 hat einer gefehlt. Also geht alles auf. Wunderbar. Und so sieht es dann aus, wenn es eingeschoben wird. Hier waren links und rechts die Steine mit der Nut. Und hier haben wir unten drunter die Modified Bricks gehabt. Mit dem, ne? Dass man es da reinschieben kann. Und so tut man den Container hier reinschieben. Fügt sich perfekt ins Haus ein. Wunderbar. Richtig cool gemacht. Tolle Bauart. Absolut genial. Nur was jetzt natürlich so ein bisschen unnötig ist, dass man auf der Seite öffnen können. Weil zum Bespielen, wenn man es dann rausnimmt, ja zum Bespielen ist das Zimmer zu langweilig und zu klein. Da hätte man sich das eigentlich auch sparen können oder halt hier anbringen. Aber dann wäre das mit dem Fenster wahrscheinlich nicht ganz so cool gegangen. Naja, Kompromisse. Aber da ich die Häuser ja im Normalfall nur hinstelle und ja gut mittlerweile verkaufe meistens. Aber im Normalfall nur hinstelle oder man stellt sie in die Stadt. ist es jetzt vollkommen zweitrangig und es sieht natürlich noch ein bisschen komischer aus, weil das Surfbrett jetzt wirklich alles blockiert. Nicht nur die Tür, sondern auch die von der Treppe hochkommen. Super clever decision. Spitze. Okay. Nächstes Stockwerk, nächste Grundplatte und die ist mal richtig interessant, weil ihr seht es hier mit den Gelenken angebracht, in den Winkel reingeschoben. Klasse. Also das Haus überrascht echt wow. Und bis ich dann auch gleich fertig bin, sage ich euch dann auch, von wem sie es geklaut haben. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Okay, wirklich interessant, auch die Farbaufswahl bis jetzt, aber super Bautechnik. Gut die Hälfte, würde ich sagen, vom Bauabschnitt 4 und der ist echt geil. Also allein schon mal das hier mit der Schräge, wie sie es eingebaut haben, ist super. Hier auch wieder kleine Kunstwerke in der Wand. Also das zieht sie, am unteren Stockwerk ist da hinten der Helm. Genau. Hier oben drüber ist wieder Kunst. Also das zieht sich schön durch. Der Badezimmerschrank hier hinten ist, der macht echt Spaß von den Bautechniken her. Auch ein Kolder machte Badewanne. Ja, hier kommt auch, hier sollte eigentlich eine Tür rein. Nur ich habe keine mehr, ich habe nur noch Fenster. Ich muss ja dort nicht wohnen. Und der wahnsinnig, äh, der hier gehört noch zum Bauabschnitt 3. Und der wahnsinnig aufregende, super unterhaltsame, absolut genial gemachte Bauabschnitt 4 ist fertig. Der ist echt von den Bautechniken, wie dann alles zusammengefindet. Die Möbel, die Details. Es macht so Spaß, weil es hier hinten wirklich ein absolutes Highlight. Auch das hier, wie das, da können wir es aufmachen. Super gemacht. Winkel passt auch. Zack. Ja, da unten ein kleines bisschen. Aber ansonsten super gut. Ja, ist noch. Mal gucken. Ich muss mir wieder angewöhnen, dass ihr merkt, es ist wieder ungewohnt für mich, diese Aufbauvideos. So, Computerchen, bedruckte Tastatur, schön gemachte Vorhänge. Die Farben kann man sich streiten. Echt, absolut super. Ja, dann haben wir hier nur noch Bauabschnitt 5 vor uns. Und wir schauen. Ich zeige euch dann gleich noch, wie es eingesetzt, also nicht wie es eingesetzt wird, sondern wie es eingesetzt aussieht. Und so sieht das Ganze fertig aus. Auch das Ding passt, das war ja vorher schon da, passt dann genau rein. Das ist wirklich der Hammer. Nichts, das... Man hat normal ja immer so ein bisschen zu kämpfen manchmal bei den Modulors, dass sie richtig reinflutschen und halten, weil sie sich gut bis biegen und so weiter. Gar nichts. Der Hammer, ehrlich. Super cool. Wenn man es hier dann öffnet, zack, direkt zur Terrasse, spitze. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, also, ja, das heißt rauslehnen. Aber für mich ist es bis jetzt vom Unterhaltungsfaktor beim Bauen und allem das Set des Jahres bis jetzt. Wirklich. So viel Spaß hatte ich dieses Jahr beim Bauen noch nicht. Das Ding ist echt genial. Gut, hör auf, Frank. Weiter geht's. Letzter Bauabschnitt. Da sind wir fertig. Bauzeit war relativ lang, muss ich sogeben. Okay, es sind 3623 Teile oder sowas. Aber ich glaube, es waren 15 Stunden. 15 oder 16 Stunden, weil halt auch viel kleinteilig ist innen drin. Aber ein prädigendes Endergebnis. Die letzten zwei Bauschnitte, die ihr jetzt separat nicht gesehen habt, war es wirklich nur das Dach. Das nehme ich gleich noch mal. So, gehen wir das ganze Ding mal durch. Aha, Minifigur. Noges Mädchen. Nichts besonders. Schöne Drucker, alle sauber. Bub. Grandma. Und Grandpa. Obwohl vielleicht auch Grandpa die Latzhose hier anhat, aber ich habe es noch mal in den Minuten gegeben. Da war zwar das Bild, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Da habe ich es einfach so zusammengebaut, wie ich gedacht habe. Aber ich habe eh gar nicht mit Minifiguren gerechnet, insofern. Und je nachdem, wo ihr es kauft, werden auch sicherlich keine dabei sein. Wenn ihr es beim Link kauft, unten in der Beschreibung, beim Loy, aus China direkt, dann sind die Minifiguren eventuell dabei. ich weiß es nicht, wenn ihr es irgendwie bei Lubrix kauft oder in vielen, mittlerweile vielen, vielen anderen Geschäften. Dann bezweifle ich, dass sie dabei sind. Aber das schicke Gebäude kauft sich ja auch keiner wegen der Minifiguren. Ich habe auch recherchiert und ich hätte es mir denken können, ich hatte es mir zwischendrin einmal, zwischendrin hatte ich mal kurz den Anflug und habe es aber vergessen, gleich nachzugucken. Dann hatte ich es wieder vergessen und jetzt gelesen, Oso Young. Vielleicht machen eine, einige von euch, ey, klar, super, kann ich gleich kaufen. Und andere denken, von was redet der? Von Oso Young, also ich habe schon mindestens zwei Sets hier auf dem Kanal getestet, so ein kleines Starbucks-ähnliches Kaffee. von Kada beleuchtet in der Endcard und diese moderne Villa von Villa Bar, ne, es ist eine Bar von Malking mit dem ausziehbaren Dach und lauter coolen Bautechniken und sieht super aus, so ganz Kleinteile gebaut mit Blades, nicht mit Bricks. Das hat mich damals schon total verzückt und war so cool und so modern. Und von ihm ist auch das, ich hätte es mir eigentlich ja, wie gesagt, gleich am Anfang schon vermuten können, in die Kamera rein. Die Anleitung unserer Cube Brown Modern Villa, kein Problem. Das alte ist zwar komplett ausgegraut, aber, ansonsten lässt sich gut nachfahren. Ich glaube, ich habe mich irgendwo einmal verbaut, aber stattdessen, wenn man nicht genau guckt oder, wenn man sich die Teile nicht vorher raussucht. Und dann guckt, wo ist was verbaut und dann, ja, vergisst man mal eine Eins auf Eins. Passiert. Okay. So, also, Anleitung vollkommen okay, nichts Besonderes, macht keine Probleme, nicht zu klein, absolut im Problem. Die Steinequalität ist gut, da gibt es auch absolut nichts zu sagen, ich hatte keine Fehlteile, alles ist hinterher irgendwo wieder aufgetaucht, also, es ist vollständig das Set. Klemmkraft, keine Probleme. Farbabweichung ist mir ein Glanz klein bisschen in Weiß aufgefallen, aber nicht wirklich jetzt groß, dass man es, ja, es geht alles noch ein bisschen weiter runter. In Beige oder in Braun fällt mir jetzt so, nö, auch im Dunkelgrau, also nichts, was eklatant hervorsticht, wenn, dann muss man schon, danach suchen, aber ich habe jetzt nichts gesehen. Ich weiß nicht, ob es GoPrix-Steine sind oder irgendwas, die Tüten sahen so ein bisschen aus, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein anderer Hersteller. Aber es ist okay. Nichts zu sagen. Die Glaselemente waren extern verpackt, im Großen und Ganzen, bis auf die kleineren Scheiben, die 2 auf 2 und die 2 auf 3 und halt auch die Paneele oder so, aber die großen Scheiben und die Türen. Die Tür hat übrigens auch nicht gefehlt, die sollte weiß sein. Weiß und transparent ist manchmal ein bisschen. Also die Farbdarstellung, da habe ich eine Kleinigkeit zu bemengen, aber wie fast bei jedem, die Farbdarstellung ist nicht die allerbeste. Ansonsten transparente Teile wirklich gut. Auch die hier sind nicht milchig und haben sehr wenig Kratzer und die, die separat eingepackt waren, haben eigentlich gar keine. Also von daher die Türen flattern nicht. Es ist ein sehr, sehr aufwendiges und wirklich auf Maß geprügeltes Set-Design hier, der Mock, übrigens lizenziert. Ja, Mock hat ihn lizenziert. Der hat sein Geld bekommen. Steht hier wohl so nicht drauf, oder weiß es nicht, aber laut Recherche ist er lizenziert von Oso Young, aber Kader war ja auch lizenziert. Nur Mocking hat er wieder geklaut. Dabei lohnt es sich mit dem jungen Mann oder der jungen Dame zusammenzuarbeiten. Wer weiß es so genau? Oso Young? Mö, so, ja. Hört sich jetzt nach Koreanisch an. Ich hatte es schon mal in dem anderen Video hört sich nach Odeesu an. Für mich. Einer konnte, ein oder zwei haben die Anspielung kapiert. Okay. Aber ich habe es das letzte Mal gesehen, wo es mein Lieblingsfilm erraten gab. Oh, ich kenne anscheinend viele. Oder haben sie es einfach gut gemerkt? Und auch Feint, klar. So, egal. Ja, also, Anleitung okay, leichte Farbabweichung, Steinequalität vollkommen in Ordnung, gibt es nichts wirklich zu bemängeln. Die Bauabschnitte sind vielleicht der erste und der zweite bei 3600 durch 5, wobei 3 und 5 sind vielleicht höchstens so groß wie 1. Also, es sind relativ viele Teile und weil da doch relativ viele Teile nur ein- oder zweimal drin vorkommen, hat man schon einen Haufen. Also, entweder ihr braucht Platz, ihr braucht wirklich so ein bisschen zum Aussortieren, das ist vielleicht das Einzige, was verbesserungswürdig da noch wirklich ist. 8 Bauabschnitte wären denke ich auch okay gewesen. Okay, der Aufbau selber fantastisch. Das ist eins der 5 besten Modulars, was ich je hier auf dem Kanal euch gezeigt habe oder selber gebaut habe. Super, 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 super. Die Bautechniken sind absolut genial, die Details im Inneren sind vollkommen in Ordnung und ausreichend und da gibt es wenige, die da wirklich sinnvoll mehr bieten. Es gibt ja andere, die sind zugeschissen von oben bis unten damit. Was soll denn das denn? Sollte schon so sein, dass es vielleicht wirklich nachvollziehbar ist, dass da wirklich jemand wohnt. Und das glaube ich hier sofort. Also ich würde das Ding sofort nehmen. Unten Küche, Wohnzimmer. Ausreichend Platz, dreistöckig, Schlafzimmer. Hell. Top. Top. Ich mag solche 70er Jahre Cube. Mehrere Ebenen, verschachtelt, Design. Kennt jemand den Film Der Party Schreck? Oder im Englischen The Party mit Peter Sellers? Wer ihn nicht kennt, schaut ihn euch an, wenn ihr eher ruhigen Humor, also nicht ruhigen Humor, aber guckt es euch an, der Party Schreck, das Haus dort, was er so nebenbei in dem Film, ja, ein bisschen umgestaltet. Super. Jetzt ist es gerade von der Inneneinrichtung, aber von der Bauart und Machart, sowas finde ich super gut. Okay. Das hätten wir auch abgehakt. Also das Ding ist ein Fest. Ein absolutes Fest. Und das ist auch toll. Wie Brickative ein absolutes Level über Lego und dem, was Lego bis jetzt her veröffentlicht hat. Da ist auch der Assembly Square. Das hier ist echt eine Ecke geiler, aber macht. Assembly Square ist super. Hat einen Haufen geile Details, ist ein schönes Gebäude, alles gut, aber einfach von den Bautechniken und allem, ihr seht es ja. so verschachtelt und kantig und verspielt. Wahnsinn. Wahnsinn. Holt es euch. Holt es euch. Ich hänge jetzt zum Schluss nochmal ein paar Fotos dran, für die, die nochmal Nahaufnahmen möchten. Mache ich nochmal alle Stockwerke ab und fotografiere es nochmal. Ich mache es jetzt hier im Video nicht, das macht wenig Sinn. Ich fotografiere es euch einfach nochmal. Dann seht ihr es nochmal. Ansonsten habt ihr es beim Aufbau gesehen. Das Einzige ist wirklich ein bisschen jetzt nicht sinnlos ist, aber das hier. Klar, man kann es dann öffnen, wenn man es komplett rausgezogen hat. Allerdings, wenn man es reinschieben will, muss man es hinten ein bisschen anheben. Sonst tut die eine Rundfliese sich am trauenden Gebäude stören, aber ansonsten kann man es wunderbar rausziehen. Auch, dass man es hier schön öffnen kann. Und der von der Sonnenliege direkt in die Badewanne. Super. Und ich muss sagen, das Ding kann man sich auch einfach vorstellen, dass es irgendwo oben auf dem Hollywood Hill steht oder irgendwie sowas. Oder so Art kubistische 70er, 60er, 70er Jahre, nicht unbedingt Bauhausstil, aber ihr wisst, was ich meine. Runter reduziertes, eckige Architektur mit schrägen Winkeln und vielen Ebenen. Das Ding ist wirklich glaubhaft und nachvollziehbar und absolut genial. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ich weiß, es ist ein bisschen jetzt nicht einfach in eine bestehende City zu integrieren, gerade wenn man eher viel von den Lego-Sets hat, da passt jetzt keins wirklich dazu. Aber wenn man sich zum Beispiel die Bar holt von ihm noch und von Malking und mal guckt, was er noch hat und was eventuell noch lizenziert rausgekommen ist, dass er noch ein, zwei schöne, moderne Gebäude ist. Das andere war auch, glaube ich, von Morg. So ein großer Starbucks, der auch braun-schwarz gehalten ist und vorne so schräg nach oben geht, ein Kaffeehaus oder irgendwie so, sieht halt aus wie futuristischer, moderner Starbucks. Wenn man die drei nebeneinander stellt, dann kann man da das Neubauviertel draus machen oder wenn da es eine Bar ist und ein Kaffee auch in der Stadt der neuere Teil. Also von daher, von dem Mann gibt es mindestens drei Sets zu kaufen, nicht sogar vier. Der hat auch diesen McLaren, dieses futuristische Autohaus, auf drei Ebenen. Das ist ziemlich schräglich bunt, aber sogar vier. Also es gibt mindestens vier käuflich zu erwerbende Sets von ihm und mit dem Kader-Ding sogar fünf. Okay. Was sonst noch zu wenig ist, sind alles Druck. Es sind keine Aufdeber dabei. Bei den Minifiguren war jetzt hier noch eine bedruckte Fliese. Ohne Scherz, das kann ich nicht so in die Kamera halten, weil so nah kriege ich das nicht, dass ihr das lesen könnt. Aber das ist eine Simpsons-Fliese. Das ist der Springfield-Slobber und Bumblebee-Man Caught in Sting. Das ist dieser Hummelmann, der ab und zu bei den Simpsons auftaucht, der irgendwann mal in einem Ast hängen bleibt. Und das ist hier drauf. Der Hammer, oder? Das macht mich jetzt echt gerade fertig. Wollt ihr vielleicht noch wissen, wie groß es ist? Ja, das viele Gejammer hat genutzt. Jawohl. Danke, lieber Andreas. Das viele Gejammer hat genutzt. Ja, wir sind bei 31,7 Zentimeter in der Höhe und die 25,5, die verändern sich. Wo lange? Es ist sogar 26 Zentimeter. 25,5 auf 26, weil die Kunst steht ja mal hier einen guten Zentimeter, fast einen Zentimeter raus. Das ist vielleicht auch noch. Hier wäre am besten dann an einer Kreuzung. Also das hier würde ich als Eckhaus stellen. Ja, Frank, das geht doch nicht, denn hier eine Kreuzung ist ja doch beschließt den Rand. Ist dann halt ein schmaler Weg. Okay. Habt ihr Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Ich möchte wissen, was haltet ihr von den Dingen? Wer es haben möchte, nee, halt, ist vergeben. Und aber die Pirateninsel ist immer noch zu haben. Will die keiner haben? Ich gebe es euch echt für einen guten Preis. Ich muss das Ding loswerden. Das ist so groß. Es nimmt so viel Platz weg. Wie kriegt ihr echt einen guten Preis? Kaffee drüben stehen lassen. Ich bin echt verliebt. Ich bin echt verliebt. Absolut. Und dass alles noch bedruckt ist, ist immer umso schöner. Und daran kann es garantiert kein Go-Brick sein, wenn alles bedruckt ist. Und die Springfield-Fliese. Weiß hier jemand die Steinequelle von Morg? Weil sie sind gut von der Haltekraft aus, sie haben ganz leicht größeres Spaltmaß. Ganz, ganz leicht. Sieht man hier auch ganz gut. Sind das vielleicht Jingbao-Steine? Und das hier ist aus der alten Läppin-Produktion. Wer weiß? Wer weiß? Schreibt mir mal eure Vermutung. Wie kommt diese Springfield-Set-Fliese? Das ist eindeutig Simpsons. Wie kommt die hier rein? Schreibt mir mal eure Vermutung. Sherlock Holmes, RQ Perot, Miss Marble. Ich bitte um Aufklärung. Habt einen schönen Tag. Alles Gute. Und wie gesagt, schreibt mir Kommentare, wenn ihr wollt. Ich freue mich. Habt eine gute Zeit. Euer Frank. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.